Der A7, das ist die A345, auf der fahren wir jetzt mal lang. Die scheint so ziemlich nah am Wasser zu liegen, lang zu führen. Das ist jetzt hier die A345. Die fahren wir mal lang, wir schauen, wie weit es kommt. Die soll eigentlich nach Ader führen, aber schauen wir mal. Wenn es zu kritisch wird, drehen wir halt wieder um. Das ist wie gesagt eine Nebenstrecke, da wird kaum mal jemand langfahren, der ein Transit gelangt, oder dringend ist. Ja, und was man hier sehen kann, die Agrarindustrie von Anatolien, ja, die macht sich breit bis ans Wasser, ne? Die Gewächshäuser und direkt die Folienhäuser, rechter Hand, direkt dahinter ist die Küste. Und links gehen die Folienhäuser bis an die Berge. Wir nennen es mal Agrarindustrie. Habe ich also seitdem, ich nach Spanien reingefahren bin, nach Andalusien, äh, von Ayamonte an praktisch nichts anderes gesehen, rechts und links links in der Straße, entweder Felder, also Landwirtschaft oder diese Gewächshäuser, äh, wir müssen ja irgendwo unsere Tomaten herkriegen, die wir denn im Winter brauchen. Und das machen die Andalusen ja vor uns. Und eigentlich machen die das ja auch ganz gut. Und eigentlich machen die das ja auch ganz gut. Da sind die Tassen im Strand wieder gesprungen. So, woher das geht? Da oben sieht man die A7. Das geht doch mal. Passt Video mal dient. Also, wenn du dann! Das geht sch AT en아니t. Das geht schon wieder. Was ich auch warmer. Aber da drin, das geht doch nicht. kommentiert sind in Verändrohr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020